Alle Morgolis und scheiße ist die Musik laut, meine lieben Wölfe, genau, wir spielen wieder Okami und ja, erste Sache ist, wir hatten noch letztens irgendwas bekommen. Verleiht die Tintenkugeln Kraft, ja, ich weiß nicht genau, was uns das bringt, aber können Bäume wachsen lassen? Was für Tintenkugeln denn? Können wir hier was machen, oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob uns das irgendwas bringt, aber die Alternative dazu wäre natürlich, wir setzen das auf Hauptwaffe. Berteiliger Kraft, ja, es wäre schön, wenn man da wieder eine Erklärung zu hätte. Oha, das sieht zumindest aus, als ob es wehtut. Das bringt das schon mal nicht. Einen Baum können wir machen. Ist das die einzige Kraft, die wir haben? Können Bäume machen? Oder, Moment, ein Versuch noch. Haben die jetzt mehr Power vielleicht? Ganz offenkundig nicht. Na gut, dann machen wir heute eine gemütliche Folge, und zwar eine Kampffolge. Ich will mal ein bisschen herausfinden, was das Ding hier so kann. Also, stürzen wir uns mal ins Kampfgetümmel. Wir finden genau das raus. Wow, okay. Kann das sein, dass wir gerade in Rekordzeit das Ding da zerlegt haben, wo wir sonst eine Stunde mal dran rumknüppeln? Wie, wie habe ich das mit dem Hochwerfen gemacht? Wie habe ich das gemacht? Und was? Oh, Zeit! Bam, ich hab' Geld hier. Awesome. Das war wirklich gut. Naja, oder willst du, das war richtig gut? Ja, ich hätte das gerade in der Tat von mir selber nicht getan, das ist richtig. Falls das jetzt der erste Gedanke war. Ich will das nochmal testen. Wir brauchen, wir brauchen was Größeres. Zum Beispiel, wie wär's da mal mit, äh... Hatten wir hinten nicht noch ein Dembrunntor irgendwo? Ja, oder? Irgendwo war da noch eins von diesen Hobby-Evil-Gates. Was ist das hier? Nein, ich hab vergessen, was das war, aber das war auch noch da, ja. Ist hier unten noch was? Irgendwo, das weiß ich, war noch ein Dämonentor. Da ist noch ein Dembrun. Oh, ne Tor. Oh, come on! Da ist ein Dämonentor, wusste ich's doch. Irgendwo hatte ich mal eins gesehen beim Durchlaufen. Das ist unrealistisch. Wir mussten volles Brett wegschwimmen. Feuer. Whatever. So. Das probieren wir mal. Also ich kann zwar diesen Schild beschwören, aber ich weiß nicht, wie ich Leute hochgeworfen habe eben. Das war's doch schon. Okay. Also, er ist Tinte. Wie hab ich den jetzt hochgeworfen? Moment. Tinte. Eins, zwei, drei. Und, ah, beim vierten Rechtsklick, oder hab ich das jetzt falsch gesehen? Können wir noch ein Gegner haben? Zeitbahn, Sattelbaum, Geldchen. Hoi! Oh, stimmt. Das macht ja was. Weißt du, für alles gibt's hier ein Scheiß-Tutorial. Aber genau dafür nicht. Kann ich die Lust nicht öffnen? Hey! Okay. Ich kann sie wegrollen. Hey, wer bist du denn? Hallo! Ich nehme mal an, dass... Was? Dass du mal... Ich nehme mal an, dass du nicht meinen Sohn gesehen hast. Es scheint, dass er vor kurzem im tiefen Abgrund fischen war. Aber er ist nirgendwo zu sehen. Ja? Da ist dein Bärchen auf dem Kopf. Ich hoffe nur, mein Sohn hat nicht... Versuch dann den Strom schnell deine Brücke, Mucks. Vielleicht mache ich mir auch zu viel Sorgen. Ich sollte einfach weiter warten. Das Beste, was ich tun kann, ist ihn in Ruhe zu lassen. Okay, das ist dasselbe. Text. Was passiert, wenn ich... Tschöjo! Und wenn ich... Ups! Tschöjo! Und wenn ich... Nee. Na gut. Versuchen wir es nochmal an dem? What's up? Bombs! Tup, tup, tup! Boom! Das funktioniert ja. Eins, zwei... Drei. Nö, bringt nichts. Also wenn ich versuche, das blöde Ding nachzustellen... ...dann passiert eigentlich gar nichts. Ich kann nur mein Schild hier hochballern. Nein! Achso, das heißt, ich habe Schaden bekommen. Ich habe Schaden ausgeteilt, ja? Okay. Ich möchte es nochmal versuchen. So oft, bis ich verstanden habe, was hier jetzt Sache ist. Also, ist das nur zur Abwehr? Oder brauche ich dafür wirklich... Nein, eine Viererkette geht nicht. Hängt der auf mir, oder was? Ach komm, wie werfe ich den denn hoch? Falls ihr da zufällig etwas wisst, ne? Dann lasst mich das mal wissen. Steht da irgendwas bei uns in diesem Fächer-Memü? Das sind nur die Dinge, die wir zeichnen können. Technik. Wenn, dann da. Spiegeltechnik für Winde. Ist das das? Schlag, Schlag. Schlag. Schnell. Achte auf das Timing. Wiederhole das bis zum vierten aufeinanderfolgenden Spiegel-Türpagland-Tast. Diese Kommo macht kurzen Prozess mit Fein und sieht auch noch gut aus. Ah, ja. Also, das war das nicht, wie wir den hochheben können. Aber irgendwie haben wir das ja gemacht. Aber wie, perfekt! Ich habe übrigens eine gute und eine schlechte Nacht für euch. Was jetzt was ist, dürft ihr euch aussuchen. Aber eine der Nachrichten ist, dass wir nur eine kurze Folge machen. Und die jetzt auch quasi schon wieder vorbei ist. Ganz einfach schlicht und ergreifend ist im Grund, weil ich mir gerade nicht ganz sicher bin, was wir jetzt machen müssen. Und da ich jetzt nicht zwei Stunden rumrennen wollte und Leute langweilen möchte, denke ich so... Okay, einen Kampf noch mal machen. Dann wird das eine kampflastige Folge, aber das ist ja auch okay. Können wir jetzt noch ein bisschen üben. Der ist gut dafür. Wie habe ich das jetzt gemacht? Zeit ist mir jetzt egal. Okay, ich habe... Oh! Der dürfte instrikt tot sein. Warte mal. Scheiße, die Zeit. Ich will jetzt wissen, wie wir das gemacht haben. Also wir können ihn nicht direkt wieder anheben. Ich glaube, das ist, wenn ich abwehre, während er angreift. Ich glaube, das ist eine Gegenwehr-Taktik. Das müsste man noch mal in Ruhe probieren. Ja, Zeit und Schaden ist jetzt total im Arsch, aber ist nicht schlimm. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Das würde zumindest Sinn ergänzen. Die Bäume fallen sehr seltsam. Okay, komm. Zum Abschluss gehen wir noch mit irgendjemandem was zu essen. Und ich nutze diesen Moment, um mich in Ruhe zu verabschieden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn du es noch nicht getan hast, lass mir doch ein Abo da. Und wenn du das auch schon getan hast, dann lass mir doch einen Like, Daumen zu zeigen, dass dir das gefallen hat. Oder du schreibst mir in die Kommentare, was dir nicht gefallen hat. Dann kannst du mir auch ein Dislike beweisen. Aber sag wenigstens, was besser ist, der besser sein kann. Ansonsten, wenn du mich noch mehr unterstützen möchtest, Links zu Social Media und weitere Möglichkeiten, mich zu unterstützen, findest du in der Videobeschreibung. Machst du dir den Tag zum schönsten deines Lebens. Wie gesagt, erneut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Mal von Okami oder irgendwas anderem auf meinem Kanal wieder. Also, Valado Herings. Euer Wolf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.